Hallo meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Cryptic Bill und weiter geht's mit unserem Let's Play von Oxygen Not Included. Und während Nisbet hier noch schön ihr Schläfchen macht, werden wir mal weiterspielen. Letztes Mal haben wir einiges an Bauaufträgen vergeben. Marie ist hier noch fleißig Granit am abbauen. Im Prinzip haben wir aber genug Granit. Wir brechen das mal ab. Brechen das auch erst mal ab, dass mal hier die Teile gebaut werden. Ja Oxygen ist so eine Sache. Oxygen ist so eine Sache. Heute schon sehr dünne. Ich würde sagen wir beschleunigen den Bau dieses Bodens quasi. und bauen auch hier einen hin. Was kann ich was jetzt hier mit der Musik los ist? Hm. Hatte keine Musik da für uns. Ja doch, jetzt läuft's wieder. Hm. Hm. Dann nicht. Gut. Gut. Rowan, was machst du? Sehr schön. Aber... Hm. 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 Warum bauen die... Okay, da hab ich auch sieben. Hm. Hm. So, da wir den Boden jetzt haben, können wir hier und hier... ... Oxygen die Fluss einbauen. Denn das Kupferkabel möchte ich gern durch diese Teile legen, denn das hat einen Dekormalus von 10%. Und wenn es aber hier durch diese Wände legt, dann verschwindet es quasi in der Wand. Und dieser Dekormalus wirkt halt nicht. Weil unsere Dubes das Kabel nicht sehen. Weil unsere Dubes das Kabel nicht sehen. Das hier ist ganz schlecht. Wenn die Betten nicht benutzbar sind. Hallo? So. Kann das mal jemand bauen? Ohne Güte. So, da haben wir unsere Sauerstoffproduktion. 17.000 Kalorien. Das reicht noch für drei Cycles. So. Dann können wir das zumachen, weil jetzt kann man da auch so durchgehen. Hm. Wie sieht das denn hier mit? Ist das okay, doch. Ist durch. Gut, gut. Läuft, würde ich sagen. Nächstes Projekt wäre Nahrung. Nahrungsproduktion würde ich hier unter den Printing-Pod tun. Dann ist es nicht so weit und ich muss ja eh die ganze Zeit laufen. Oh. Forschung. Forschung. Toiletten. Toiletten. Toiletten bauen, dann können wir dieses Water Thief ganz gut gebrauchen. Können wir nämlich das Schmutzwasser von den Toiletten reinigen. und wieder einspeisen. Ich denke, dass wir in diese Richtung gehen. Das ist uninteressant für uns. Leim möchte ich gerne aufheben für ein späteres Projekt. Das werdet ihr aber dann sehen, was ich damit vorhabe. So, gehen wir mal in diese Richtung. So. Nahrung. Waren wir dran. Granit. Bauen wir mal bis da hin. $7. Da doch lassen wir das Maus sieben. Das ist auch 7. Z hat noch das Z als Raum. Okay, dann machen wir. Nachdem wir mit der Nahrung fertig sind bauen wir das noch fertig. das ist ja jetzt ist so beschäftigt dass ich nicht mehr zum ernten na gut besser so als andersrum so planter box 3 4 5 6 8 9 10 12 12 werden nicht reichen aber wir haben ja noch so viel wild food quasi ist das denn auch alles aber ernten können da haben wir noch hier werden wir uns noch reingraben wenn es knapp wird hier haben wir noch her das passt wenn wir hier nie wohl pflanzen sollten hier für die sieben machen weil die sind wirklich wichtig dass die laufen ja jetzt sieht es aber auch schon viel besser aus hier mit unserem müssen wir trotzdem in der ruhe graben quasi wenn ich also da kann ich schon mal reingraben dann würde ich das haben ja dieser hedge da der ist auch da müssen farmen bekommen dass wir uns kontrolliert um diese hedges kümmern können der pech haben dann frisst der nachher unsere nahrung weg wenn die hier am boden liegt und das wäre unschul aber so weit ist es noch nicht das dauert noch ein wenig wikings 7 wikings um genau zu sein wir haben sauerstoff wir haben unsere basis fängt langsam an schön zu werden so ein bisschen ja läuft würde ich sagen ja hier könnte man aber hier kommen wir auch nicht hin da wenn ich will unbedingt wissen was da ist das hier ist kann ich mir schon denken anhand des temperatur overlays das werden slush geysire oder polluted oxygen geysire äh polluted water geysire sein das kommt nämlich dann da mit minus 10 glaube ich raus minus 10 grad 10 beides polluted water ist zwar genau auf einer linie wenn ich das richtig ja ich kann wieder irgendwas stylisches bauen das ist von da oben mit hier runter tropft wenn das beides die gleichen sind es sehr genial marie ist am bauern fränke schläft und das mit läuft und das mit rohmann bringt nah bei und kann nicht ja zehn sekunden fünf sekunden noch mal auf langsam haben wir einen neuen ein neues ding aus unserem printing pot allergie ist schlecht ich pflanze sehr gerne blumen in meiner basis und allergie ist das da kontraprodukt digging doctoring haben wir wrenching ja wir haben pharma der sich auch ums wrenching kümmern wird das mit rust können wir nichts anfangen aber ich weiß ganz genau was man damit machen kann das ist aus einer anderen von einer anderen karte da gibt es so biome da kommt das vor ich glaube man braucht salz und dann kann man damit sauerstoff erzeugen so ganz genau weiß ich auch nicht aber so ganz genau weiß ich auch nicht ich habe auch noch nichts erforscht dafür ich schau mal kurz nach ich habe keine ahnung womit wir da sauerstoff erzeugen können also es gab da irgendetwas aber keine ahnung keine ahnung keine ahnung das ist schön so unser schlafzimmer ist dann gleich fertig nö ist es nicht marie geht nachschub holen gut ich würde es einfach nochmal hoch stellen aber dann sind wir auch schon soweit fertig mit dieser folge wenn es euch gefallen hat lasst ein like da drückt den subscribe button und dann hoffe ich wenn ihr auch beim nächsten mal wieder einschaltet bis dahin euer cryptic bill bis dahin